In der heutigen Folge möchte ich euch den neuen Rodationslaser NL500 der Marke Nivel System vorstellen. Dabei vergleiche ich das Gerät mit herkömmlicher optischer Technik, erkläre die Vorteile und mache deutlich, dass die Lasertechnik am Ende klar die Nase vorn hat. Der NL500 ist das Basismodell unter den Rotationslasern von Nivel System. Mit dem Gerät lässt sich millimetergenau arbeiten und eine horizontale Ebene mit einer Genauigkeit von einem Millimeter auf zehn Meter auf 500 Meter Arbeitsabstand projizieren. Der Gerätekörper selbst ist so konstruiert, dass er viele Jahre zuverlässig seinen Dienst versehen wird. Das Gehäuse des rodierenden Kopfes ist sicher in einem Metallrahmen eingefasst und das extrem strapazierfähige Material sorgt für einen angemessenen Schutz des wichtigsten Elements des Baulasers. Das Bedienmenü ist intuitiv, einfach strukturiert und garantiert eine schnelle Bedienung, die sich im Grunde auf Einschalten, Ausschalten und Betrieb beschränkt. Darüber hinaus lässt sich über das Menü der sogenannte Kompensator einschalten. Das Gerät verfügt über eine Neigungsfunktion, mit der ein definiertes Gefälle der Referenzebene vorgegeben werden kann, sowie einen Tilt-Sensor zum Schutz vor Stößen oder Veränderungen der Aufstellposition. Auf der Unterseite befindet sich das Gewinde für die Stativschraube und hier sitzt auch der Lithium-Ionen-Akku, der bis zu 50 Stunden Betriebszeit gewährleistet. Das Gehäuse selbst bietet mit Schutzart IP54 einen effektiven Schutz gegen Spritzwasser und Staub. Die Ecken des Instruments sind für einen optimalen Schutz vor Stößen und Kratzern mit Gummielementen versehen. Nun möchte ich euch den Unterschied zwischen einem NL-500-Rotationslaser und einem optischen Nivelliergerät demonstrieren und klar machen, warum man bei der Wahl eines Nivelliers unbedingt auch das Modell NL-500 auf dem Schirm haben sollte. Der erste Unterschied betrifft die Anzahl an Personen, die zum Nivellieren und Höhenmessen benötigt werden. Bei einem Rotationslaser reicht eine Person, da das Instrument die vom Sensor erfasste Ebene bestimmt und die Werte von uns an der Nivellierlatte abgelesen werden. Beim optischen Nivellment muss dagegen eine Person die Nivellierlatte halten und eine zweite vom Nivelliergerät aus dem Wert ablesen. Es werden also zwei Personen benötigt. 1 zu 0 für den NL-500-Rotationslaser. Einrichtung des Gerätes. Bei einem Rotationslaser erfolgt die Ausrichtung der horizontalen Bezugsebene automatisch. Bei einer optischen Nivelle muss dies von Hand über Stellschrauben erfolgen. Mit dem NL-500-Rotationslaser kann zu jeder Tageszeit tagsüber oder auch in der Nacht gearbeitet werden. Der Sensor mit Beleuchtung zeigt die Höhendifferenz unter allen Bedingungen an. Beim optischen Nivellment ist ein Arbeiten dagegen nur tagsüber und außerdem nur bei guter Sicht möglich. Durch den Lasersensor und die Lasernivellierlatte mit Millimeterskala gewährleistet der NL-500-Rotationslaser ein präzises Nivellment und hochgenaue Messungen. Beim optischen Nivellment kommt eine Teleskoplatte zum Einsatz. Die Ablesung erfolgt dann in geschätzten Millimetern, da die Teleskoplatte eine Zentimeter-Einteilung hat. Mit dem NL-500 lässt sich das Nivellment maximal automatisieren und es können fortlaufende Messungen durchgeführt werden. Wenn wir mit der Nivellierlatte zu dem betreffenden Punkt gehen, wird die Höhendifferenz gemessen. Bei einer optischen Nivelle werden Punktmessungen vorgenommen. Das heißt, wir müssen die Teleskoplatte anvisieren, den Punkt messen und die Ordinaten anschließend umrechnen. Mit dem Modell NL-500 kann über Entfernungen von 500 Metern gearbeitet werden. Von dem Nivelliergerät wird ständig eine Fläche von über 19 Hektar abgedeckt. Beim optischen Nivellment sprechen wir von Arbeitsabständen in einer Größenordnung von 50, 60 oder 70 Metern, wobei das alles natürlich von den konkreten Bedingungen auf der Baustelle abhängt. Reden wir über die Kosten, mit denen eine solche Anschaffung zu Buche schlägt. Für einen NL-500 Rotationslaser wird ein Preis fällig, für den wir auch ein gutes optisches Nivelliergerät bekommen. Doch wird zum gleichen Preis ein deutlich größerer Funktionsumfang geboten und kommen weitere Vorteile hinzu. Sollten Sie ernsthaft darüber nachdenken, ob Ihre Wahl anstatt auf ein optisches Nivelliergerät nicht besser auf einen NL-500 Rotationslaser fallen sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017